Hallo, hier ist Sophie und ich spiele das da. Untertitelung des ZDF, 2020 Man muss ganz ehrlich sagen, es ist schon einfach traumhaft schön, dieser Anfang, du hast das Gefühl, du sitzt in so einem roten Samtsessel und lauschst dem Salon zu Lists Zeiten. Das hat einfach was so Geniales in drei Minuten, eine ganze Lebensgeschichte ist es eigentlich. Musik 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 Und der Schluss ist so, wie Lists das gerne macht mit diesem kleinen Echo, wie so eine Nachtigall, die seine Gefühle wieder zwitschert vom Dach. Musik 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 Es ist ein Selbstgespräch, Sterne, die von oben nach unten fallen fast. Und hier Musik Er fragt sich selber. Musik Mitrüstende Antwort. Musik Und endet total simpel, eigentlich fast devot. Musik 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 Musik